Ihre Arbeit haben Sie ja nicht mehr. Nein. Gehen immer noch jeden Tag mal hin, gucken. Ich fahre jeden Tag gucken auf der Arbeit. Und um 5 Uhr sind Sie in der Volkshochschule, 2. Bildungsweg. 17 Uhr, ja, 17 Uhr, Abendschule. Marx-Kurs. Ja, das ist interessant. Der war da ganz schlau, war der. Der ist ein schlauer Mann, der hat das alles erklärt. Man hört viel von ihm. Ja, ja. Dann ist es praktisch, wenn wir den nicht hätten... Hätten wir keinen Trost. Ja, hätten wir gar keine Arbeit. So ist es natürlich traurig, dass ich jetzt persönlich keine Arbeit mehr habe. Aber willst du machen? Na ja, aber wie soll ich sagen, ich muss da hin, ich gehe da hin. Wenn du so lange da in dem Betrieb gearbeitet hast, dann kannst du die ja auch nicht alleine lassen. Und nachts tippen sie dann fleißig im Internet, da im Laptop, mit den chinesischen Kollegen, die mich auch für Marx interessieren. Ja, das ist ja jetzt noch eine ganz andere spezielle Angelegenheit, dass die Chinesen da irgendwie auch ganz schön viel darüber wissen. Na ja, und Nordostchina, ja, die sind noch entlassener als unsere hier. Ja, da muss man sagen, sind auch mehr. Die ganze Industrie ist flachgelegt. Ja, ja. Alles ab nach Shanghai. Alles nach Shanghai. Was muss man da so lernen? Ja, also man hat da eine Stunde. In dem Kursus? Ja, kriegt man vorgetragen. Ja, da lernst du einiges, wenn man sich dafür interessiert hat. Ich habe ja Zeit meines Lebens, weil ich ja auch selber Arbeiter bin, habe mich auch natürlich für die Bücher von Karl Marx interessiert. Das ist ja ein Genie. Lass mal überlegen, wann ist der geboren? 1818. Ja, richtig. 1818. Dann wäre der jetzt, wir haben jetzt 2008, dann wäre der jetzt ja fast 190 Jahre alt. Genau, 190. Geburtstag im Mai. Fünfte Mai. Fünfte Mai. Tante Annegret hat da auch Geburtstag, fünfte Mai. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die ist nicht ganz so alt. Ein anderes Thema, ne? Ja, der Karl Marx, 190. Ich meine, also so alte Menschen gibt es nicht, glaube ich. Wiedergeburt? Ja, das kann natürlich sein. Sollte man ihn klonen? Also man hat so Knochen von ihm. Apropos Wiedergeburt. Ich glaube, der Karl Marx, das ist einer der ganz wenigen, die an Wiedergeburt nicht glauben. Glaube ich. Also glaube ich fest dran. Also der, glaube ich, der hat da gar nichts mit dem Sinn gehabt. Aber mancher, der nicht dran glaubt, dem passiert's. Ja? Nicht? Also es ist so, wie oft ist der schon totgesagt. Ja, 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 ja. Und jetzt kommt er immer wieder. Jetzt ist er besonders aktuell wieder. Ja, ja, genau. Wie heißt der? Hestos. Der Sänger da. Der ist ja auch 120 schon oder so, ne? Und im Korkasus gibt's manche, die essen Joghurt und so, ja, kriegen ganz... Und Yoga. Auch. Hilft auch. Joghurt und Yoga. Alles was mit Jo, ne, da könnte man sagen, Jo. Dann ist es auch so eine Lebensbejahrung, die macht auch alt, ne? Also bei denen, die alt sind. Aber was hat man so davon, wenn man den Marx jetzt gelernt hat, ja? Hat keine Fabrik mehr? Ja, vielleicht für später. Also da, man lernt ja was daraus und da zieht man ja etwas raus. Die Marx Brothers waren aber nicht mit dem verwandt. Sie wissen das nicht, ne? Ja, passen gut zusammen. Ja? Ja, passen gut zusammen. Ja, also von den Sachen her, ne? Der Marx, ich war mal in der DDR und da war so eine Statue von dem, aber nur vom Kopf. Aber frag mich nicht, wie groß. Riesengroßer Kopf. Begehbar, kann man ein Restaurant oben im Kopf einrichten. Ja, mitten in der Stadt, irgendwie so. Chemnitz war das. Da war ich auch von Socken, hab ich gedacht. Boah, da. Der hat ja Eindruck geschaffen, ne? Ja, die haben viel von dem gelernt, glaub ich, ne? Und jetzt hier. Jetzt will ich von dem auch ein bisschen was lernen, ne? Ja, ist ja klar. Gerade ich eben als selbst, als Arbeiter. Wozu sagen, nachsitzen. Ja. Zwar arbeitslos, aber Arbeiter. Und hätten Lust, ja? Ich hätte Lust zu arbeiten. Ja. Aber nur handwerklich. Also richtige Arbeit. Nicht mit dem Kopf. Ja, ich hab keine Lust. Da gibt's ja jetzt eine ganze Masse. Neue Berufe eigentlich. Ja, ja. Nagelstudio. Was ist das? Meine Frau hat schon mal mit dem Gedanken gespielt. Ich weiß nicht, was hat das? Und dann gibt es sozusagen als Beruf, ja? Klappstuhlberater? Ja. Das ist neu. Also ich hab das noch nicht so gehört. Doch, ich weiß nicht. Wir haben das mal im Beilagenblatt, da sind ja manchmal so Annoncen drin. Suche, Arbeit. Und da hab ich mal auch so was gelesen. Stimmt, Klappstuhlberater. Ja, was ist das für ein Beruf? Kann das denn überhaupt als Beruf eingetragen werden? Ich glaub nicht. Es gibt auch keine Prüfungen dafür. Also Gesellenprüfung, Klappstuhlberater. Meisterprüfung, Klappstuhlberater. Für Klappleitern gibt's das. Ja, aber ich muss mal so sagen. Klappfahrrad auch. Ja, ja, klar. Aber Klappstuhlberater, vorstellen kann ich mir das schon. Denn das sind manchmal Dinger. Die krachen zusammen. Ja, nee, da klemmst du dir die Finger drin. Und wenn du nicht weißt, wie die auf- und zugehen, dann hast du dann Probleme. Dann kannst du schon mal so ein Finger... Wenn man mit jedem Klappstuhlberater mitliefert, ja, nicht? Es sind eine Menge Jobs drin. Ja, oder zumindest, es kann ja auch ein Heft sein, der als Klappstuhlberater, also das Klappstuhlberatungsheft. Oder ein Video. Video, die haben ja oft Videos. Klappmesser? Klappmesser. Das ist auch kein Beruf. Nee. Obwohl, ich hab mal beim Turmspringen, hab ich einen gesehen bei der Olympiade, als der da runter sprang, dann machte der wie ein Klappmesser zu und dann wieder auf und dann sprang der als geöffnetes Messer kopfüber da rein und das hat noch nicht mal ein Bläschen gegeben oder so ein Spritzer. So ein Spritzer? Er hatte dann auch zehn Punkte. Ja. Hat der Marx-Humor? Ich kann mal von dem was vorlesen. Kann man es prüfen? Das weiß ich jetzt nicht, ob der Humor hat. Was man jetzt am letzten Dienstag hatte. Letzten Dienstag? Was war da? 17 Uhr. Unterricht, Erwachsenenbildung. Ach so. Ja, ja. In der Volkshochschule. Ja, fängt ja immer eine Viertelstunde später an. Ja, der Lehrer auch. Also die ziehen ja immer eine Viertelstunde an. Ja, der Lehrer, der raucht, der ist, ich glaube, ich vermute, der ist Raucher. Und dass der draußen noch raucht. Und da sind noch ein paar andere Schüler, die rauchen auch, glaube ich. Ich habe das aufgehört. Das ist zu teuer. Man unterstützt doch damit nicht die Industrie, sondern mehr die Ärzte. Man verpulvert sie, man verraucht sie. Wenn er die Industrie unterstützen würde, würde ich rauchen. Dann hätte ich schnell wieder Arbeit. Ich habe ja 40 Jahre hier bei uns im Betrieb gearbeitet. Den eigentlichen Inhaber, den habe ich noch nie gesehen. Hat sich nicht vorgestellt. Nein, der muss sehr viel zu tun haben. Könnten die Waren sprechen? Da fällt mir ein, der Inhaber, der ist oft auch irgendwie auf Lanzarote. Gott sei Dank, wenn man so einen hat. Ja, ja, der muss ja präsentieren. Der muss ja präsentieren. Ja, ja, aber wenn man einen hat auf einem anderen Kontinent, dann kann man gar keine Schrift mal hin, eine Bittschrift mal hinsenden oder sowas. Da habe ich übrigens auch von gehört, dass es Firmen gibt, die es nicht gibt. Jetzt lese ich das mal. Das ist aus dem Buch Marx, Engels, Werke. Könnten die Waren sprechen, so würden sie sagen, unser Gebrauchswert mag den Menschen interessieren. Er kommt uns nicht als Ding zu. Was uns aber dinglich zukommt, ist unser Wert. Unser eigener Verkehr als wahren Dinge beweist das. Wir beziehen uns nur als Tauschwerte aufeinander. Man höre nun, wie der Ökonom aus der wahren Seele heraus spricht. Der wahren Seele? Ja, der wahren Seele. Die Seele hat also eine Seele. Also nicht die wahre Seele, sondern die wahren Seele. Also das, was man kaufen kann, ist Ware und dann hat eine Seele. Weil der Marx dem zu verkaufenden Gegenstand eine Seele mit diesem Buch eingehaucht hat. Seitdem ist das auch alles viel mehr wert. Der hat also für die Waren sehr viel getan. Und deshalb gehe ich zur Volkshochschule, um mir das anzuhören, weil ich finde, auch so ein Vergleich zwischen Ware und Mensch ist da. Menschenrecht für Waren, Recht für Menschen. Und wenn ein Mensch mit der Ware nicht anständig umgeht, pfleglich umgeht, dann geht die Ware mit den Menschen auch nicht gut um. Und das ist nicht gut. Und es wäre doch zu wünschen, dass der Mensch endlich auch mit Ware verglichen wird. Denn dann bekommt er denn auch endlich einen Wert. Er hat ja gar keinen Wert. Er ist die wahre Arbeitskraft. Als wahre Arbeitskraft hat er einen Wert. Dann hat er Wert. Als Arbeiter. Wenn er Arbeit hat. Und wenn er nicht Arbeit hat, hat er auch Wert. Aber null. Also ich lese hier mal weiter. Man höre nun, wie der Ökonom aus der wahren Seele herausspricht. Also aus der wahren Seele. Nicht aus der wahren Seele, sondern aus der wahren Seele. Da haben wir gerade so schön drüber gesprochen. Gänsefüßchen unten, Wert. Gänsefüßchen oben, in Klammer, Tauschwert. Ist klar. Leuchtet ein. Und dann in Gänsefüßchen, ist Eigenschaft der Dinge, Komma, Reichtum. Gänsefüßchen oben, Klammer auf, Gebrauchswert, Klammer zu. Gänsefüßchen unten, des Menschen. Also Wert ist Eigenschaft der Dinge, Reichtum des Menschen. Und nicht des Dinges. Wer in diesem Sinn schließt, Wert in diesem Sinn, schließt notwendig Austausch ein. Ja? Also der Wert schließt Austausch ein, notwendig. Aber Reichtum nicht. Das schließt er nicht ein. Das kann ja auch billig sein. Reichtum tauscht sie ja auch nicht. Ja. Da kriegst er nichts für. Ich geb Reichtum, du gibst mir deine Armut, das macht doch keiner. Reichtum nicht. Nein. Absatz 34. Da muss ich jetzt in Englisch zu lesen. Falu Is a property of things. Riches of man. Falu, in this sense. Nikesarilili. In place, ich schenke. Reichtum nicht. In place, ich schenke. Zinnung. Wie ist von diesem hingeschdem Mai? categories. Wir sind Jahre hin.